Hallo, ich befinde mich jetzt kurz davor die Pressekonferenz des ersten Quartals 2019 aufzunehmen für ProCycle Manager. Das heißt wir machen gleich Pressekonferenz, da hinten läuft es schon. Hohohoho, toll. Und ihr habt nochmal die Möglichkeit hier unter diesem Video Fragen zu stellen. Alle Fragen die jetzt hier noch reinkommen in der nächsten Stunde oder sowas werde ich noch berücksichtigen oder in den nächsten zwei Stunden von mir aus, keine Ahnung. Und dann werde ich das Ganze aufnehmen. Ich wollte euch nur nochmal Bescheid sagen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Kritik, irgendwelche Anmerkungen, die ihr in der Pressekonferenz stellen wollt. Einfach in die Kommentare schreiben, entweder hier oder unter dem PCM-Video mit der Anmerkung, dass es für die Pressekonferenz ist. Dann werde ich das in der Pressekonferenz-Folge beantworten.